Zerfußleute! So, das mit dem Test. Salute Missles. 25 Schuss von Büromax. Was haben wir denn da? Da lese ich nicht viel. Da rüben ist sie. Ah, da ist sie ja. Eklon 1m, 15 Gramm. Gegeben hat es sich in der Viererpackung eigentlich. Aber ich zeig's eigentlich jetzt da einzeln, weil ich mein, bringt nichts, wenn ich jetzt da Vierer hintereinander wegkratiere. Das ist schon fast wie bei Büromult oder was. Aber eine ist schon Folter genug, würde ich sagen. Das ist auch wie ein Gipstal oder was. Ja, ätzig. Aber die Visco schaut auch schon mitgenommen aus. Als ob sie es auf der Baustelle gemacht hat mit der restlichen Spachtelmasse. Boah, das ist ja so eine Rosene. Eine Rosene. Das könnte man auch mal machen auf der Baustelle, wenn wir fertig sind mit der Spachtelmasse. Dann könnte man ja noch ein paar Rollungen machen für sie. Ja, ja. War eh cool. Rasant. Wir haben ja schon mal probieren, die Eingang haben. Die kämen quer. Ja, die kämen schräg. Ja, ich sage, die ist ja jetzt gar nicht so schlimm für die Oberstelle. War das gerecht, hast du so noch verbundenen Plastik? Aber nein, so schlimm klingen sie jetzt nicht. Nein. Nein, den finde ich sogar ganz nett. Nein, das muss man nicht. Ja, ja. Mit ein bisschen Blitzknall am Ende, ja. Nein, aber das geht noch. Weil es gibt so eine, die sind so kreischend irre für die Anwaschen. Nein, das kann man noch nicht mehr. Hat passt, ja. Aber das war's gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und zerfuss.